Jetzt geht es los. Sonntag übermorgen, ein besonderer Tag für viele Kinder, für dich an Lebensjahren. Aber am wichtigsten wird für die an deinem Geburtstag nämlich an sein, der Auftritt deiner Mannschaft in Wolfsberg. Was dürfen die Rapid-Fans erwarten? Für die Kinder wird es sicher ein schöner Tag werden, weil ich glaube, ich weiß es selber genau als Kind, also Ostereier zu suchen und Schokolade zu suchen ist eine große Geschichte. Für uns selber oder für mich selbst ist es wichtig, dass wir gut starten in Wolfsberg, dass die Jungs eine gute Performance abliefern, dass wir alle eine Freude machen. Beim WRC hat sich einiges verändert, neuer Trainer, die Meistergruppe haben sich dann doch noch relativ souverän erreicht und die ersten zwei Spiele hat Rapid aber für sich entscheiden können. Favoritenrolle wirst du aber trotzdem keine annehmen. Liege ich da richtig? Nein, weil ich denke, es war immer in beiden Spielen sehr, sehr eng. Also wir haben das erste Spiel, glaube ich, 4-3 gewonnen, es war schon ein sehr, sehr enges Spiel. Aber ich denke, WRC hat natürlich auch sehr, sehr kräftig investiert im letzten Jahr. Und wir brauchen eine gute Leistung, weil sonst kann man da schnell zweiter sein. Es war die sogenannte Länderspielpause, es waren einige Rapidler bei unterschiedlichen Nationalteams. Wie hast du die Mannschaft vorbereiten können? War das ein großes Manko für dich, dass du da doch auf einigen namhafte Spieler von uns verzichten musstest? Ja, einerseits ist, das ist zweistellig, einerseits freut es dich, dass Spieler im Nationalteam spielen. Ja, und darum haben wir jetzt zwei Dribütanten gehabt mit Erci und mit Jussi, also muss man in den Hut ziehen. Aber andererseits, im Trainingsbetrieb ist es nicht eine Nachdeck, weil ich glaube, du hast schon ein bisschen was trainieren können. Aber es soll jetzt nicht ausreitend sein, wenn es da nicht funktioniert. Ich glaube, die Jungs wissen ganz genau, wenn sie zurückkommen, was sie machen müssen. Und sie werden es am Sonntag auch gut machen. Ritschi, am Sonntag geht es los mit dem Finaldurchgang. Das erste von zehn Endspielen steht bevor, dieses Mal auswärts beim WRC. Wie siehst du unsere Ausgangslage? Ich denke, von den Punkten her stehen wir jetzt ganz ordentlich da, aber es ist extrem eng. Das weiß man eh nach der Punkterteilung. Deswegen geht es darum für uns, genau wie in den letzten Wochen auch, dass wir einfach versuchen, jedes Spiel jetzt von den letzten zehn einfach an unser Leistungsmaximum zu kommen. Der WRC hat unter NEO-Cheftrainer Roman Star in den ersten beiden Bundesligaspielen acht Tore geschossen. Wirkt sich das speziell auf deine Vorbereitung vielleicht auch aus? Ich denke, der WRC war generell in den letzten Jahren offensiv immer sehr, sehr gut. Mit Lindl im Mittelfeld, der gute Bälle spielt. Vorne haben sie auch immer wieder gute Einzelspieler. Aber wir haben es defensiv, glaube ich, jetzt gerade seit dem Winter sehr, sehr gut gemacht. Und das Trainerteam wird uns auch sehr, sehr gut vorbereiten, dass wir da mit der richtigen Einstellung in die Partie gehen. Was muss am Sonntag offensiv gut laufen, dass man wie im Herbst auch dieses Mal wieder beim Wolfsberger AC gewinnt? Ja, wie gesagt, das überlasse ich unseren Offensivspielern. Dabei bin ich immer überzeugt, dass die auch die richtigen Lösungen finden werden, dass wir da auch dann ein Tor schießen werden. Wie lautet die Marschrichtung für das erste Spiel im Finaldurchgang? Ja, genau wie die letzten Wochen. Einfach versuchen, wirklich an unsere 100% zu kommen. Und dann bin ich auch positiv, dass man da drei Punkte mitnehmen kann. Maxi, am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim Wolfsberger AC geht es in die heiße Phase der Saison. Jetzt nach der Länderspielpause, wie sieht es körperlich aus? Ja, gut. Also ich kann jetzt für mich aber auch für viele andere sprechen. Es waren davor schon auch viele Spiele. Jetzt war es mal gut, eine Woche ein bisschen runterzufahren. Ein paar haben auch erfolgreiche Erlebnisse persönlich gehabt bei Nationalteams. Also ich glaube, dass jeder jetzt wieder frisch und positiv aus der Woche zurückgekommen ist. Und ja, wie du sagst, jetzt sind sechs Wochen, die wirklich entscheidend sind, zehn Endspiele und da freuen wir uns drauf und da wollen wir voll da sein. Zehn Endspiele, das führt mich zur nächsten Frage. Ist es jetzt wirklich so, wo es noch zehn Spiele sind, dass jedes Spiel das Endspiel gesehen wird, da es darum sehr viel jetzt geht und wenig Zeit für Ausrutscher bleibt? Ja, du spielst halt nur direkte gegen Gegner, die auch als Ziel im International dabei zu sein oder vorne dabei zu sein. Von dem her kann jedes Spiel halt doppelt sein, wenn du gegen einen direkten Gegner eben das Spiel gewinnst. Dann ist das natürlich da doppelt wichtig. Aber ja, es sind trotzdem zehn Spiele. Das heißt jetzt nicht, wenn du am Anfang vielleicht eins negativ bestreitest, dass alles vorbei ist. Also es sind trotzdem zehn Spiele, da kannst du 30 Punkte holen. Also von dem her ist da genug Zeit. Aber wir wollen halt natürlich jetzt gleich einmal am Sonntag gut rein starten und gleich einmal wieder einen Abstand nach hinten vergrößern. Und das ist unser Ziel, ja. Gut rein starten ist ein gutes Stichwort. Wie schwierig wird das Ausrutschspiel beim WRC? Vor allem in der Vergangenheit, waren das meistens sehr schwierige Spiele? Ja, es wird richtig schwierig. Wir haben im Herbst auch dort ein wahnsinniges Spiel gehabt, wo wir leider mit Standard uns das Leben schwer gemacht haben. Da müssen wir verdammt aufpassen. Da müssen wir, dass gefährliche Spiele haben bei Standard-Situationen. Das müssen wir vermeiden. Und ja, ansonsten unser Spiel durchziehen. Wir haben zweimal gewonnen in der Hinrunde und das wollen wir jetzt genauso machen. Und es wäre ein guter Anfang, wenn wir dort die drei Punkte mitnehmen. Sorgt die Tatsache für zusätzlich Selbstvertrauen, dass man eben bereits zweimal in der Saison gegangen an WRC gespielt und gewonnen hat? Natürlich. Besser als hat man an zwei Niederlagen. Das ist ganz klar. Wir wissen, wie der WRC spielt. Es wird, wie du gesagt hast, eine richtig harte Partie. Aber wenn jeder von uns voll da ist, glaube ich, sind wir die stärkere Mannschaft. Nur wir müssen bereit sein. Wir müssen den Kampf annehmen. Das wird dort hart. Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir die drei Punkte mitnehmen.